Musik 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 So scheiße So Guck mal meinen coolen Wackeldackel an Kann man den essen Passen wir auf was der macht Seilspringe Und Spritlich Aktiv Vor allem den kannst du dir auch holen Ja bei mir hat es nicht geklappt Ja bei mir hat es nicht geklappt Hinten in der Stadt Ja mach das mal Ja Ja kommst du nicht hinterher oder was ne Hä warum bist du so schnell Du kommst nicht hinterher Ja Ich hab keine Ahnung Du hast wahrscheinlich andere Verteilung der Fähigkeiten Als andere Klasse Wegen Klasse Was bist du für ne Klasse Äh Assassiner Via Scout Überstrieger Ja Wie du einfach mal Level 10 bist Ja Musst du schnell gehen Ja du hättest doch noch bis zum 11. Level machen können Da hättest du auch den Hammer und Bit Swinger vor dir stehen Ja Ja Ach ja Ja bei den ganzen Hexen Ah das hab ich Hab ich voll vergessen Dass es hier noch was gab Natürlich Das ist ne Stadt Du musst die Silke als erstes anquatschen denk ich mal Äh Ich sehe Die ist ja voll winzig Äh Hier Ich hoffe es Äh Äh Ich glaube ich muss erst zu Kaylin Ein Ei kaufen Ne Ich hab das Ei umsonst bekommen Oh Ich hab die Silke angequatscht Hab ein Buch bekommen Das hab ich gelesen Hab die Katin angequatscht Hab ein Buch bekommen Hab das gelesen Und dann bin ich zu Airdeal Da hatte ich dann das Ei im Inventar Ne Ich soll jetzt auch mal die Silke anquatschen Also zumindest wird mir Dann mach das Vielleicht musst Äh Hast du ja vorne vergessen Die Ene anzuquatschen Ich wollte grad sagen Da hängt das mit Mh Dann zeig mal ein Tile Rocks Wo er die anquatschen kann Ne beim Tor Damit er auch so was kriegt Das dauert jetzt Also Deswegen hasse ich laufen Mach doch doppelt Äh Dann fliegst du Geht ne Geht ne Nicht immer Ist voll langweilig Oder so Am Eingangstor Verstehe ich Ah ich seh grad Ich seh grad Ich hab ähm Ich muss ja noch zu dieser komischen Ja zu Mach ich Oder ins Ding da Ja da müssen wir auch noch hin Zur DEWA-Zertifizierung Achso Es ist ja das wo du durchs Portal musst Und da haben wir jetzt auf dich gewartet So wie heißt jetzt Mandarike Äh Äh N N Noch was Nines Ja Moin Ah hier ist ein Buch Das hab ich jetzt bekommen Talk with Silke Ja Perfekt Jetzt hab ich auch ein Buch bekommen Naja das musst du da lesen Äh Wo bin ich Äh Da mich ich jetzt Trier Das hab ich nicht gemacht Ach komm schon drei Minuten Ich hab kein Buch mehr Ne und jetzt zum nächsten gehen So Wo bin ich jetzt So So GG Hab mir fünf Minuten Ne jetzt hab ich auch ein Ei bekommen Fünf Minuten Weil ich so langweil bin Perfekt Richtig Eich Super Mh 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 Ja sorry ich halte grad was im Mund Hehehe Ok Spören Nein Das kann ich dann überdünn So Achso das muss ich ja lesen Ne Ne warte mal Ich muss ja mit Silke talken So Haus Ah ja Talk with Caddy Ehh ZAK Dann Ok Das Na Jetzt hab ich so'n Ja gut Talk with Erdil Ist das ein Mann oder eine Frau? Ähh Guck und dann ruck Das machst du jetzt nicht ernsthaft, Tyron! Äh, ich versuch's, aber das... Oh, doch, warte, warte, warte... Was ist denn ein Name dafür? Gib ihm irgendeinen Namen! Ähm... So, auch geil, das ist ja ein Frosch! Tiki, die nenne ich Harry! Hahaha, wie immer! Oh, meine hat sogar ne Schleifi auf! Ja... Oh, wie süß! Dann hast du ein Weibchen! Du stehst voll da drauf! Lass mein Pörpel in Ruhe! Was, dein Popel? Oh, Pörpel! So, Harry! Ist er nicht knuffig? Hat sogar ne blaue... Was ist das eigentlich? Krater? Schleife! Schleife? Oh! Meine hat pink Schleife! Meine hat gar nichts! Jetzt haben wir alles! So, ich muss nur mal ein paar Grenzen ablehnen! Äh... Das braue ich nicht! Das braue ich ohne! 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 Ja, such! Man kann sogar schon im Nachhinein den Namen ändern! Geil! Gibst du nicht irgendwo so ein Frisur? Ich hasse meine Frisur! Nö! Oh, wie... Äh... Wie dackelt denn jeder hinterher? Das ist... Das ist ja ein Sprinter! Vor allem, Tyrox, achte mal auf meinen, wenn ich äh... Das ist ja voll der Sprinter! Tyrox... Ja? Gumm... Gumm auf meinen! Gumm... Das sind Engelsflügel! Verräter! Gumm... 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 Oh... Das sind ja wirklich cute! Aber siehst, jetzt hast du auch dein Wackeldackel! Jupp! Gumm... 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 Ne, Kai... Gumm... 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 Aber warum, warum hast du so ein blaues Ding hinter dir her, äh, wackeln, am Arzt? Einfach mein Schwanz. Äh, okay. Mein, was ist das eigentlich? Irgendwas, was jeder hat außer ich. Ja, das konnte man einfach ausschalten. Ich hab's eingelassen, weil's einfach wunderschön aussieht, ne Eik? Ja, ja, ne Frau mit Schwanz. Ey, ich hab auch einen. Wir müssen jetzt hier hin, ne? Ja. Super. Und weg bin ich. Ich auch. Also doch, hier war ich schon, das... Wir müssen mit der da oben reden. Ach, mein süßer kleiner Harry. Willkommen. Harry ist... Ich bin einfach so aufgekriegt. Seid gegrüßt, Deva. Sei gegrüßt, Frau... keine Ahnung was. Ich erteile euch diesen Befehl als Archont der Dämmerung. Geht nach Beluslan und untersucht den Verbleib des Odella. Schon wieder? Sieh! Ääääh... Teleporter! Ach so. Da war Herran. Vorher? Nach... belus-belus-lan Oh, ich bin bei der Bilfossbrücke Äh, ja, nicht nur du Ist das einzige, was ging? Ja Ja Äh, wo ist Doman? Könnte man hier auswählen? Ach hier, Doman ist hier bei der Dingsburgsbrücke, wo wir angekommen sind Domanchen, ich mach's Ich hoffe, der Chefsaal findet euch bei Kraft Du weißt doch, wo wir beim Pandorium angekommen sind Ah, da Äh, Puls-lan Ne, warte mal 900, uff, alter kostet das hier Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Doch da Äh, Belus-lan Wann ist das Schicksal erlaubt? Teles... Warte Belus-lan Oh, ja, bisschen was Wann ist das Schicksal erlaubt? Ja doch, warte mal, hier war ich Ich, ich hab keine Ahnung, wo ich war Also, bitte, bitte, ne Aber wo ist die jetzt? Jessica Mit wem müssen wir jetzt reden? Jessica Oben 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 Wo ist Jessica? Jessica ist da oben, oh mein Gott, das Willkommen, Yang Yang, leb wohl, Dabar Guck mal, herr gehört mal, ihr seid wunderschön, tschüss Und hat jemand ein Level abbekommen? Ja, ich... Schwach, stimmt. Level 11. Ihr seid also auch angekommen. Ich habe auch ein Level abbekommen. Level 12. Ihr seid also auch angekommen. Auch gegründet. Davos, die die Venezian-Festung zum ersten Mal betreten, müssen sich den Urpister Grund vorstellen. Den Gammel. Der gammelt vor sich hin. Guten Tag. Stufe 13. Flacher. Ähm... Hat man noch irgendwo was, wo wir anquatschen können? Oh, nur irgendwo. Äh... Du, hier... Das ist groß. Also... Hier müsste man alles abbrennen. Aber hier bei mir scheint es nix mehr zu geben. Außer so'n Raum. Wo jemand drinnen sitzt. Oh, hier ist noch was Blaues. Hm... Ich bin grad bei dir. Oder auf dem Weg zu dir. Gott. Okay, sprech mit Nornen. Da kommt sie. Oh, Leute, ist das ne freizügige. Ja. Ein Bus-Ital. Wo, 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 wo? Bei uns? Du springst da hinten irgendwo. Oh, der. Vor allem, ich seh dich drüben, weit hinten rumspringen. Wo seid ihr? 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 Hier bei der Halbnackten. Ja, wo ist die? Na, hier! Guck dich mal um, wo wir springen. Ach, da! Komm, beeil dich, sie ist gleich weg. Warum ist sie gleich weg? Die läuft rum. Die läuft rum. Ja, und? Komm her. Ich halte sie für dich auf. Neun! Ach, das geht doch noch. Was, geht noch schlimmer? Es geht noch schlimmer. Ja, wo? Keine Ahnung, aber es geht bestimmt irgendwie, es geht immer schlimmer. Boah, ich muss mal kurz ausdrinken, wir stecken uns im Hals fest. Mhm. Alter, mein, mein, was, ist das ein Frosch? Nein, ein Viol. Äh. Au. Gesundheit. Das ist, äh, eine Mischung von... Wenn ich sterbe, wo komm ich dann wieder raus? Keine Ahnung. Nein. Ich bin mich da runtergefallen. Blut für Blut. Ähm, lachen, ich würd lachen, wenn du bei Null anfangen müsstest. Äh, beziehungsweise mit Absicht zurück, ich vermöre ich die Woche zu... Ich glaub, du müsstest einfach mit der Map irgendwie teleportieren. Nicht zu viel Sonne, hoff ich doch. Boah. Boah. Erledige die Blaukieferwarane und bringe besser ihren Speichel, okay? Äh. Wir rennten Naro um der T-Rox. Okay, ich konnte mich am Bindepunkt wiederherstellen. Oh, ich hab'n Ausrufezeichen. Äh. Wenn du, dann komm der Tag wieder raus. Ich versuch's. Oh, ich hab'n Uhe. Ich versuch's, die dann noch mal wieder mal wieder. Ja, ich versuch's.